Ich mach mal Begrüßung. Hallo, willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem und J2 690 Kanal bei Worms. Genau, wir spielen jetzt die zweite von den vielen Runden. So, erstmal zu Ende gesoffen, jetzt kannst du losgehen. Und dieses Mal hat unten keiner gespawnt. Toll, du spawst natürlich direkt die erste Kiste und heizt es dran. Mal gucken, wer dieses Mal gewinnt. Der ich natürlich. So wie letztes Mal. Ja genau, genau so gut wie das. Du hast das, was ich vorhabe, oder? Wirst du dich selbst töten, oder willst du mich töten? Ich hab schon mal einen Wurm, immerhin einen komplett volllebenden Wurm, habe ich erledigt. Und dem anderen sogar noch Schaden gemacht. Na stimmt, wer inzwischen schießt. Arschloch. Nein, nein, tu's nicht. J2 690! Ja, da seht ihr mal was für ein kaltblütiger Mörder. Warum schreist du das so zäh? Wie kommt? Warum schreist du zehn Jahre nachdem das passiert ist? Hä, das ist okay. Bei mir ist es gerade passiert. Mach ich nicht mehr. Was habe ich überhaupt alles? Hä? Was hast du jetzt vor? Ja, das fröhnt. Guck mal, haben wir hier oben? Ah, da haben wir noch was. Guck mal. Ah, das ist gar nichts. Schau mal gerade, wo die Leute gespawnt sind. Hä, meines ist eigentlich ganz geil gespawnt, ehrlich gesagt. Hä? Ach, die wirft man. Okay. Dir fehlt halt einfach ein Wurm. Wer wirft doch mal. Probier mal aus, was du mal. Something had to have no. Geil, was denn wohl gesagt hat. Tänze. Ähm, bei mir gesagt. Tänze. Nichts geht. Nichts passiert. Ah, noch ein Stück weiter. Ach, da geht noch weiter. Komm, das geht noch. Schau mal, ist noch viel Platz. Äh, nein! Man kann's ja mal probieren. Fisch der Sechste. Man kann's ja mal probieren. Warum immer Fisch der Sechste? Der lebt nie mehr als... Ach, schade. Perfekt. So halb ein bisschen, ne? Halb ein bisschen gar nicht. Oder wie war das? Das war ein perfekter Treffer. Genau da wollte ich treffen. Wenn jetzt Fisch der Sechste dran ist, könnte ich dir zeigen, wie das geht. Okay, da wärst du erst mal Günter dran. Günter! Günter! Günter, Günter, Günter! Günter, 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 Günter! Günter, 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 Günter. Günter, ich lass dich jetzt nicht, diesmal nicht dich da unterkommen. wasserpistole hat er gerade gut gesagt du sollst nur einmal springen nach das nein ich mag die ecke hier nicht warum ach gewisse erinnerungen ich komme in der ganzen in der in der einen in einer zeit oder kennt sie aber hochspringen was hast du vor keine ahnung hinter fisch der vierte das so eine kleine stelle müsste dich eigentlich dran handeln können ich dachte ich kann ein fisch der vierte festgemacht nachher keine auch mal eine worum in der enthalten wo ist wo ist wo ist wo ist wo ist ich finde 4 3 aber immer ich wollte eigentlich jetzt so eine lenkrakete von hier abschicken aber das hätt nämlich 100 prozentig geklappt ja ja ich weiß nein heinz du warst so nett mann heins ich hab dich wirklich gemocht warum immer heins ok jetzt die letzte hunde hat heins im linksten überlebt aber da war ich unten in der höhle und jetzt stirbt er direkt mann ja ich hab's auch gehofft jeden heiz ist halt cool geile kiste nein machen wir jetzt aufs tor in sie bei dir hoffentlich so eine geile schon bewegen du kannst doch noch während dem counter dich bewegen so was mache ich jetzt mit dich was lasst ich tun mit dich erst mal ein bisschen weiter hoch so dass du nach irgendwo hin kannst sehr gut ich will das viel da hoch so was kann man jetzt trug dafür scheint mir nicht mal eine spezielle hofe nein nein das war zu tief nein was das war viel zu tief es war eine kiste ja nur eine kleine stärkung wahrscheinlich sind das dann drei leben plus oder was ja gut heiz ist aber jetzt endgültig im untergang geweiht oder also jetzt heiz ist einfach nur noch da also da ist ja nix mehr was sich irgendwie auch erinnert einmal raketenwerfer und dann was was ach lenkrakete hinten in beide rein okay ich weiß doch das alle ach du gehst rüber auch siehst du wir haben gerade guten Wind jaja ich weiß ich weiß lass mich mal hier durch ja super jetzt schlägst du die drunter denn scheiß verfickte ernst na gut aber das ist nicht dein stupster oh bei der wäre noch schön jetzt hast du noch immer genug Zeit um so weit reinzugehen dass ich nichts gegen dich machen kann gar nichts ich hab eigentlich schon wieder verloren du musst einmal probieren zu meiner Basis zu kommen da kann ich ja nicht wie wie weiß ich nicht ja so wie ich eben zum Beispiel jetzt zum Beispiel wäre der Wind einigermaßen gut ne das reicht nicht das reicht nicht zum Beispiel mit dem Wurm hier nicht zu hinkommen das drei schaden genommen bitte ich wollte eigentlich auf den anderen Block alles egal mit dem Wurm war schlecht ich brauch einen anderen Wurm ach komm dann hol mir mal Heinz raus der steht ja schon so lange ich denke du kannst ja auch Wurm wechseln ne so wie ich eben ja aber es ist nicht nicht vielleicht soll ich endlich mal Heinz retten können Heinz den hätte ich da kaum rausbekommen doch doch da kommst du easy hoch was ja 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 es ist völlig egal ja ja ist mir völlig egal ich will schon ganz genau nein ach nichts ist anderes wie kann ich das abbrechen drücken nochmal vielleicht shop ja stimmt shop ne immer noch ey nein ich habe es ist anderes weil erst hatte ich nämlich normale bomben jetzt nämlich aber wasser nein weil die klappen die jetzt endlich wir mussten nämlich erst mal fünf runden warten zwei würmer raus das hätte ich mit den bomben niemals geschafft auch wenn der eventuell trakt dann wobei ich hätte ich hätte drei aus aber es war mir so sicherer und sobald irgendwo oben drüber nochmals kaputt geht hey ich schieße einfach gleich mit heinz wenn ich ein zimmer kommen sollte schießt sich das wasser übertrag ab und wenn track das was über track wird dann ja okay tschüss ist ja gut ihr wart nett macht doch mal wasser das wäre witzig denn du spiel ja guck mal ah nein du machst es ne alter spiel alles runter was ich habe an würmern wie kann es aussieht erster 1 2 3 3 würmer waren das ne 2 erster dann fack ich weiß ernst einmal komplett durch die ganze basis mann du arsch du arsch das war so gut macht doch mal wasser hätte ich mal kein wasser gemacht das wäre schlimm gewesen somit heins ich muss es geht ein kleines risiko ein das ist ja gar nicht ja du kannst auch zu heins wechseln hat es ausgewählt ja habe ich dann einmal angriff drücken und dann mit tab durchschalten wie was ist denn für dich in angriff drücken ja jetzt hast du nicht einfach mit tab durchschalten genau dann wieder angriff so und jetzt kann ich die vor allem retten nein das track in ruhe erst mal hier das bin ich ihm jetzt schuldig dass ich immer wenigstens rette das ist eine doofe rettung nein das was ich wollte es ich war eigentlich nur auf das wasser ausgelegt ja komm wasser 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 wie der auch noch lacht alter ja okay tschüss heins mal so was aktiviert der finger der finger der wahrheit bitte ein bisschen weiter immer genau auf die schräge zu 100 prozent lang aber da lebt ne okay nein nein lastrick in ruhe der kann nix dafür ich hoffe das geht irgendwie das hat ja nicht also wie man sie die beiden kisten weg aber auch so ein bisschen schaden hat das jetzt gar nicht so viel gemacht weil ich gesagt und ich habe das große problem desto und wo in meiner basis hast das ist eigentlich einer der größten probleme aber ich frage ich komme an die wo mir mit dank dem wasser überhaupt nicht so einfach nur ein wurm von mir die überhaupt eine chance hat er nicht ranzukommen ja okay dann war es das also der kann nicht meinen dass ich gerade gedacht hat nicht mal du hast jetzt noch einen weg ich will noch dein basket zu nehmen du holst du jetzt nicht einfach dass es war das hatte ich gedacht dass ich mir das holen könnte ich habe einfach in keine runde irgendwie eine chance müssen meine pläne viel besser nicht ja bitte dies jetzt in die andere richtung vorsicht wenn du dich wenn du da oben lang ist schießt das ding auf dich ja das ist aber trotzdem ist es nicht schlecht wenn du jetzt nach vorne gehst bist du tot jaja das ist schon in ordnung das ist schon in ordnung wie das ist in ordnung nein nein wirf auf dich selbst ab nein das müsste eigentlich gehen oder das müsste gerade so gehen jetzt wofür maps Du wirst jetzt wieder Wurm wechseln, die Wurm in meiner Basis machen, oder? Lauf doch mal nach links! Nein! Mann! Ja, okay, ich hab hier gerade was Schönes gesehen in meinem Inventar. Muss ich einfach noch einmal Wurm wechseln. Das geht einfach nicht anders. Du hast jetzt wahrscheinlich irgendein Dynamik, wenn du jetzt Dynamik hast, dann warst du es... Oder nee, am besten die Gottgranate. Ja, die Dynamik reicht auch. Ah, stell dir weg! Nein! Gott! Sehr wichtig, immerhin mit! Wie viel Schaden? Ach, okay. Nein, jetzt bist du wieder dran. Meine kleine Geheimerkennung ist, glaube ich, jetzt endgültig tot. Der hat schon so viel durchgehalten, jetzt. Na. Wie soll ich den da bitte schon jetzt wegkomme? Wegbekommen? Wie denn? Wie viel hast du denn? Erstmal muss der Wurm jetzt weg. Der nervt. Der ist schon mal weg. Und dein Wurm da unten... Gegen den weiß ich echt nicht, was ich machen soll, weil da stehen halt auch einige Wurmer. Ich würd mich immer selbst mit. Schwierig. Schwierige Situation. Was machst du denn da jetzt rein? Ach Gott, die Kleinen. Ja, Gott. Super genial. Was? Was? Ach, ich hab Horst getroffen. Warum den? Alter, der hat gar nichts möglich. Nein! Okay. Der ist komplett überlegen. Wir sind genau auf beiden Seiten dagegen, ne? Ja. Müssen wir... Wie krieg ich jetzt... Ich habe da gerade eine dumme Idee. Eine sehr dumme Idee. Was machst du? Was machst du? Ach, du lässt das Wasser ab. Ich will mal sehen, was passiert. Boah, was? Wie knapp. Wie knapp. Der ist ja nicht mal mehr ein Pixel dazwischen. Doch, doch. Das ist ein... Ja, aber ein. Wie viel Pest kann man haben? Das ist dir einfach dran. Jetzt kannst du die alle drei töten. Mit einer Granate. Das ist denn eine Cluster, aber auch die klebt. Ja, klar, klebt die. Ich will vollpassen. Ich kann es einfach... Ja, ich kann es einfach... Es war nichts, kurz an Frieden. Ah, das ist ein Cluster auf euch. Alter, was ist denn mit dem Ding los? Was? Alter. Alle drei tot. Nee, zwei. Wo ist der dritte, bitteschön? Da war kein dritter. Zwar nur zwei. Nein, der dritte war ja meiner. Ja, aber ich bin schon da, wenn zwei von mir gewesen sind. Ja, zwei von dir und einer von mir. Ja, Fichte. Was soll der jetzt bitteschön machen? Ich habe noch eine Idee, wie ich mich mit dem hier... Ich lasse den Krieger und einfach leben. Das ist mir sowas nun egal. Gegen den, irgendwas zu uns unternehmen ist wie gegen eine Pest. Gegen so eine unankommbare Pest. Da ging man einfach nicht an. Du musst auch in meine Basis rein. Du musst wieder ganz nach oben und dann runterfallen lassen. Ich lasse mir jetzt sammeltor. Nein. So gut fliegt das nicht. So gut fliegt das nicht. Do you think it will work? Von hier? Von da? Da landest du höchstens unten im Loch. Oh, was? Komm, auf diesen kleinen Absatz. Das müsste auch schon reichen. Wenn du es jetzt machst. Springen, laufen und springen und dann... Nein, was? Du musst gedrückt halten, XI. Ja, hab ich. Und du musst natürlich springen. Du musst laufen, dann springen und dann... Oh, XI. Mann! Ah, das reicht überhaupt nicht. Du hast Gegenwind, ne? Ja, ja, aber ich dachte, es reicht. Also, ne? Dass es so wenig ist, dass es keinen Unterschied macht. Wo nutze ich mal das hier? Was hast du denn noch? Ach so. Bitte, die hier studiert. Vorher, 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 vorher. Ich habe noch einen lebenden Wurm. Ernsthaft? Das ist ein Scheißwurm auf umzubringen. Cut, einer Wurm. So, da und ab ins Wasser. Er sagt, zwischen zwei Wasserlagen. Wasser hält auch nicht den Fall auf. Das ist nicht in Wien-Maincraft. Doch. Echt? Ja. Was lacht er? Wow. Ich muss uns beide selbst mal Wurgen bauen. Was ist das hier? Wieso kommt man hier nicht lang? Nimm den Baseballschläger. Hey, wie hängt mein Wurm da? Hey? Ich frage mich nicht. Das wird nix. Doch, das würde gehen. Die Bounce dann da oben drauf. Und das geht nicht. Das schafft Frito nichts. Das weißt du genau. Wobei, versuch's mal. Vielleicht geht's ja bei dir. Ernsthaft? Ich hab für dich einen Münzen eingesammelt. Ja, das war eigentlich gar nicht mein Plan, aber... Naja. Was ist Vernichtungswaffe? Ich mach nur noch... Ey, wenn du dir jetzt einsammelst. Ich wollte eigentlich lieber... Ja, wobei, ich hab ja noch eine Runde Zeit. Du wirst mich da an der Stelle nicht töten können mit einer Runde. Sicher? Nee. Ich kann dir verraten, ich kann nicht mehr wechseln. Ja, eben. Das war mir schon fast klar. Nein, lass ich sie 2K HD 4K in Ruhe. Was ist das denn? Ich wollte eigentlich, dass der bisschen oben drüber geht. Das sind nicht so... Vielleicht, das wäre der von EG in die Wand. Du kannst jetzt nicht mehr wechseln. Das heißt, also, wenn du den, wo du hier da ist, noch angreifen kannst, wird mich das wundern. Ich werde jetzt deinen Runde nehmen. Nein, gerade sind perfekt. Alter, ist mir egal. Ich geh jetzt darüber. Wenn du den rüber bekommst, dann war es das. Wenn nicht dann, dann hab ich die Chance. Was war denn bitte in dieser Kiste drin? Haben das meine alten Augen etwa gerade richtig gesehen? Lass mich daran, da war so ein Holy Donate drin, oder wie die heißt. Nein, die wär ja nicht zu... Ja. Nein, nicht abseilen. Hochseilen. Bitte komm da nicht rum! Boah, war knapp jetzt. Nötig in der nächsten Runde, wenn es wirklich eng wird. Ja, du hast vollen Mitwind. Boah, guck dich mal an. Den hätte ich auch gerne mal. Dann bin ich mit einem Wurm dran, wo ich auch eine Chance habe. Butch up! Ja, okay, du hast gewonnen. Das war's. Wurde sie jetzt die Masseverlichtungswaffe, und das war's dann. Soll ich echt mal holen? Ich will mal gucken, was drin ist. Hä, total billig. Das ist keine Masseverlichtungswaffe, das ist einfach nur eine Waffe. So. So. da ist irgend so ein kleiner dann war nie aber ja ja was gesehen vorher war da was das habe ich aber auch nicht gesehen aber da war ja weißt du da wie hätte ich das jetzt bitte schon erkennen sollen dass da was ist also mich ist es immer noch wie auch genau so jetzt ist es freie bahn also für mich war das freie bahn aber gut können wir mal eine andere spiele ich bin ich mag diesen fort ist nicht ja sie haben wir noch nicht weiter beim deathmatch ausführern dass es gibt einen dritten die müssen wir ausprobieren klar ja das ist klassisch recht es ist klassisch er muss den unterschiedlichen deathmatch und klassisch hey was bringt ihr das gute hörst du hast du vorhörst du hast dich jetzt vertauscht oder was aber ich kann mich dann noch nicht mehr bewegen auch schade ich wollte eigentlich weg gehen naja ich bin ein wurm kann ich jetzt so nicht killen stimmt ja hat doch vorteil gehabt wo ist die mine hin wasser liegt das welt wird darunter fallen achtung mine mine es piept ich habe gesagt es piept das ding ist immer noch gut weil du kommst jetzt sogar dem kopf ja aber du lebst noch ich dachte alter komm fall runter komm mal runter dann schießt die waffe dich ab ich probier's mal das ist super scharf ich hab mich nicht mehr so Bahn aber ich war zwar dat aber glaube ich auch reise ich hatte kostet 50 eigentlich mit geld und ich habe wieder gewonnen meist erledigte wurmfreunde steht hier meist erledigte wurmgegner sechs bei mir meist erledigte wurmfreunde zwei meist gegen meister gegen schaden ich meister freundes schaden auch ich meist meist erdränkte wurmgegner vier meist erdränkte wurmgegner habe ich oder also ich habe alle von den gar nicht erdrängt an die das so hinten noch 200 gemacht ich glaube ich habe drei wir mal von dir erdrängt so warten erwartet auf andere spieler so ich fang an wir müssen ja tschüss